ja hallo zusammen ist ein kleines video von meinem commodore plus 4 plus den ganz plus der ganzen hardware die ich dazu gekauft habe und zwar habe ich darauf geachtet dass monitor und das diskressenlaufwerk und der drucker und der joystick zu der serie 264 passen zu der der plus 4 gehört ich stelle mal vor mein plus 4 fast neu bei ebay ersteigert mein diskettenlaufwerk 15 51 auch bei ebay ersteigert für teures geld mit originalverpackung diesen monitor den habe ich lange gesucht ich mach mal ein bildschirm bisschen schwarz das ist der 1801 von dem ich glaube dass er sehr gut zu der 264 serie passt anhand dieses logos hier das logo hat eigentlich nur die 264 serie wie man das hier sieht und hier und passend noch in schwarz sehr elegant der commodore mps 803 drucke der auch sehr gut zu der 264 serie passt und natürlich auch der commodore 1341 welcher welcher auch selber zu dieser serie passt und eigentlich nur an diesem plus 4 angeschlossen werden kann weil er hat nämlich einen runden stecker hinten und nicht diesen quadratischen den normalerweise der 34 hat ja das war es von mir hoffe das video hat euch gefallen ja ja ja